Was machst du? Mach wieder? Ja, weil es sehr gut ist Hast du nicht unscharf gemacht? Ich nicht Aber den Herbert mache ich auch nicht unscharf Herbert, salut Nastrovje Nastrovje Prost Auf Alanya Auf Alanya Prost Auf Alanya Prost Volker, Prost Günther Prost Das schmeckt sehr gut, muss ich sagen Sehr gut Sehr gut Das ist halt ein bisschen teurer Ab und zu kann man sich auch mal sowas gönnen, oder? Zuhause Zuhause machen wir ja nichts Das ist ja toll Nein Es ist gut, ja? Ja Sehr gut Salut Was machst du? Wir sind nur Freunde Nein No Ja Ja Hallo, wie heißt sein Kanal? Alanya4k Ja, Alanya4k Hast du auch schon mal angeschaut? Alanya4k Geiler Kanal, ne? Finde ich auch Aber viel Datenverbrauch Stimmt's Herbert? Hello, how are you? Hello Herbert, ich lass dir auch eins bringen Ja, das ist ok Kennt ihr Herbert noch? Very chic today Bodo und Alanya4k Yes, Bodo Aber genau Very nice Günther, gefällt's dir hier? Waren wir schon mal da mit dir? Wir waren hier noch nicht Noch nicht? Na sehr schön Jetzt warte mal da endlich Wir kommen auch mal nochmal her Stimmt's Volker, wenn du mal hier lebst Yes Komm her gern Ich mach euch alle unscharf, keine Angst Weil ihr seid eh zu scharf Hehehe Was trinkt ihr? Schmeckt der? Pinot Grigio Oh, gut Pinot Grigio Sehr gut Sehr gut Oh, yes Yes Habe ich schon lange noch mal getrunken Pinot Grigio Ja Der Herbert hat voll seine Haare He makes his hair very He looking very young today Vom Auto fahren Vom Auto Du hast halt ein Auto Was halt super fährt, ne? Du, das ist super Hey, das ist echt klar Finde ich auch Ich hab mit der Bank noch nie was zu finden Na? Filmst du immer noch? Yes Yes Ich wollte nur wieder Werbung sein Lob äh Herbert sein Lob für das Auto Aufnehmen Das ist ein tolles Auto Ja Yes Habe ich auch Habe ich schnell kaputt gefahren, ne? Hahahaha Jetzt wohl die Leitung völlig machen Was macht los? Lumpen klein hier Ja, sehr gut Yes Das ist ganz gefährlich Du musst mal, wenn du mal nackt fährst Was anders probieren zu lenken Ja, ja Mit was anderem Mhhh Also herrlich Wirklich Fast schon wie Monaco Bye bye Viel Spaß euch noch, ne? Mmmmmmm Ja, es ist großartig Ja, sie schmeckt sehr, sehr gut Ja, sie schmeckt sehr gut Ja, sie schmeckt. Ja Und nur ein Tipp Wenn ihr hierherkommt Sollt ihr immer so um 18.30 Uhr herkommen Dann bekommt ihr nämlich die Sonne mit Also tagsüber und auch Sonnenuntergang Weites kriegt ihr dann mit Wenn hier alles dunkel wird Ja? 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 Danke! Hallo meine Lieben, schmeckt's euch? Schmeckt's euch? Schmeckt's euch? Schmeckt's euch? Sehr gut. Ja, ich habe gekocht. Und Lars hat abgespült später. Ich habe nur die Gabel vorher abgeleckt. Damit sie schön sauber sind. Schaut aber auch gut aus. Really? Meist. Salud. Salud. Nein, nein, das ist einfach. Was ihr gerade isst. Das kann ich mir überlegen. Auch wenn ihr ein Fisch bestellt habt, ein bisschen Ausmaß. Dann habt ihr es echt. Really? Ja. Vielleicht nicht mehr gut. Ja, mit meinen Freunden und Kunden und Freunden und Schwestern und Babys. Ich will dich beschenken. Ich will dich beschenken. Warum bist du so lustig, mein Sweet? Nein. Ich kann zu viel trinken. Nein. So, gleich geht die Sonne und so. Ach, ist ja schon. Und dann sehen wir alles hier beleuchtet. Beleuchtet. Bye, bye. Habe ich dir schon Batman angeschaut? Wie war Batman? Der war gut. Hey? Hi. Bsp Vielen Dank. Das war hart, das war hart, aber das ist für euch alle gut und für mich auch und alles besser, qualitativ, viel mehr Sicherheit für euch, so was, dass man nicht wieder verlieren wird, anstrengend, sehr anstrengend. Das war hart, das war hart, das war hart, das war hart. Das war hart, das war hart. Das war hart, das war hart. Das war hart, das war hart, das war hart. 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 Das war hart.